einen wunderschönen guten tag hallo meine lieben herzlich willkommen zurück hier bei katastrophe in der nachmoderation ich habe ein neues spiel für euch ein offline gespieltes spiel nicht aus dem live und zwar zwischen dem tbp rider schön jetzt kann man hier eine kiste snackt und dem patschi aus der dritten liga hier auf der beliebten silver springs map mit dem riesigen gem fällt in der mitte und wir wollen mal einen blick auf die liga werfen wie es da aktuell aussieht dritte liga wollen wir einmal gucken einmal auf die tabelle gehen und da können wir einen blick drauf werfen der tbp rider aktuell auf platz 9 mit neuen spielen 2 siegen 7 niederlagen und patschi momentan auf platz 13 dahinter hat er sieben spiele gemacht ein sieg erst eingefahren ein unentschieden und fünf niederlagen also da noch dicht beieinander patschi könnte hier mit einem sieg ans mittelfeld anschließen rider könnte mit einem sieg auf jeden fall den nächsten sieg hier oben anknüpfen also ihr seht das ist alles noch sehr 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 eng und deswegen hier noch lange nicht entschieden wie es hier in der season aussieht wir sind jetzt ungefähr auf der hälfte der season fast angekommen die hinrunde ist bald vorbei und dann startet in die rückrunde rein so wir haben hier tv mit den alliierten ist und links gestartet baut sich gerade auf erste raffinerie ist gesetzt und der gleiche patschi ist oben rechts gestartet nicht vorgefahren machen viele gerne bis hierhin vorfahren ist hier geblieben und geht hier auf eine zwo raf strategie silversprings wir schauen sie uns einmal an wir haben ja gerade 10 minuten cooldown das bedeutet die spieler dürfen sich nicht angreifen keine aktiven angriffe passive schüsse während der erkundung lassen sich häufig nicht vermeiden sind okay die einzigen die auch vor passiv feuer geschützt werden müssen sind die sammler sonst hagels gelbe karten was gleichzeitig punktabzug bedeutet so silversprings sehr sehr reichhaltige mehr also wer hier ressourcenprobleme hat der macht irgendwas falsch definitiv hier muss man eher am anfang erstmal ein paar sie lossetzen weil sonst geht hier eine menge kohle flöten hat zwei raffinerien finde ich hier schon ganz gut gesetzt weil auch die raffinerien ein bisschen was einspeichern können man sieht zwar patschi das geld geht schon ordentlich nach oben anstatt dass es weniger wird leider ist ja auch direkt mit zwei raffinerien eingestartet aber die beiden sollten auf jeden fall da leider macht mindestens mal so nach zwei vielleicht sogar drei sie lossetzen dann hat man erstmal ruhe und kann auch alles einlagern was die sammler hier so einbringen ist nämlich genug gems zwischen den erzfeldern drin gleich werden sie sich vielleicht irgendwann richtung mitte bauen vielleicht dann kommt richtig kohle rein so waffenfabrik ist draußen erste infanterie division ist auch schon im bau beim patschi beide auch hier waffenfabrik ist draußen werkstatt habe ich bei beiden jetzt noch nicht gesehen das heißt 2 mbf ist noch nicht im bau vielleicht nächster sammler den kann man hier gut in der zeit zwischen bauen während man die werkstatt baut bei rider ist sie gerade gekommen weil kohle genug haben sie sie können sich richtig stark aufbauen und auf der silversprings map erwarte ich auch eigentlich dass die spieler auch das ganze repertoire einmal ziehen was die alien zu bieten zu bieten haben wasser ist hier ja nicht sehr viel vorhanden einen kleinen tümpel haben wir aber auch in jedem tümpel gehörten kreuzer nach meiner meinung und hier kann man übrigens schön was setzen schon häufig gesehen schön eingekreist kann man nicht direkt anfahren haben die spiele sich jedem im baufhin gesetzt dann sie so rüber gebaut und dann hier in hafen gesetzt auch sehr schön aber gut dazu sehen wir vielleicht bei den spiel auf auf jeden fall luft einheiten panzer einheit infanterie einheiten sie können massig bauen und das sollten sie auch tun sonst macht es nämlich der gegner so leider auch gleich mit dem zweiten waffenfabrik und der bau kommt raus bedeutet er geht jetzt hier in expansion rein wir gucken mal kurz bei patschi ich hab da jetzt noch nichts gesehen ne da kommt da ein paar sekunden hinter rider aber nicht schlimm weil rider pend hier nämlich wieder mauch steht nämlich rum und somit haben die beiden ungefähr wie ein aussehen aber patschi steht auch um den bauf ja 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 man merkt man guckt hier wirklich auf jede sekunde das kommt auch teilweise wirklich darauf an gerade wenn man hier sich um eine position kloppen will weil rider ist hat schon bis hier vorne hin erkundet also es könnte sein dass er jetzt nicht nach hier hin fährt auf diese position wo er gerne hin fährt sondern dass er direkt durch fährt und sich hierhin baut und somit vielleicht sogar versucht patschi das streitig zu machen patschi geht nämlich nicht in die mitte ok muss man wirklich auch nicht zwangsläufig man kann seinem gegner auch wirklich die mitte überlassen ist aber nicht ungefähr oder taktisch nicht immer die beste lösung und hier wird so weiter mal kurz auf null gefallen gerade am anfang verzeiht man das noch aber ist schon merkwürdig komisch eigentlich dass er auf null fällt weil er hat hier drei sammler der fährt ein bisschen quer der sollte eigentlich auch hier oben sammeln viel viel zu lange wege so weiter baut sich hier auf ist nicht durchgefahren bis zur anderen seite obwohl er es sieht wir können auch riders sicht umschalten das können wir in der nachmoderation nämlich das geht im live nicht er hat hier schon so weit bis rechts hier läuft er gerade durch mit einer erkundungseinheit bis hierhin hat er erkundet deswegen weiß er dass patschi noch nicht hier ist ja und patschi hat es nicht gemacht und das ist gefährlich er bekommt zwar gleich irgendwann als alliierter die vollsicht mit seinem techzentrum und nach fünf minuten den satelliten aber am anfang ist die erkundung mega wichtig um zu wissen was sein gegner macht hat jetzt nun kraftwerk da gelassen baut sich jetzt hier schon weiter will also stark expandieren aber weiß nicht dass weiter hier in der mitte sitzt weil er nicht erkundet hat darf man nicht vernachlässigen auf gar keinen fall so steigt ja auch in die panzer produktion ordentlich ein rider fängt auch an panzer zu produzieren ist schon wieder auf null gefallen wundert mich ja der eine sammler hier der ist viel zu weit weg er gehört nach hier oben da kann er locker noch ein dazu setzen meiner wird sich gleich erholen wenn er hier in der raffinerie gesetzt hat aber verliert natürlich wertvolle zeit wenn er immer wieder auf null fällt dann der bau von allem was er baut gestoppt wird man sieht schon unterschied bei patschi durchgehen panzer produktion rider sind noch nicht so viele panzer rausgekommen wie ein paar er hatte auch schon früher angefangen zu bauen so klappt hier wieder ein raffinerie ist draußen das heißt ja auch bei weiter wird es gleich wieder richtig laufen wo will er jetzt sind andere seite vielleicht oder zieht er weiter sieben minuten haben wir durch von den zehn minuten cooldown das heißt nicht mehr lange er zieht nach unten mit seinem bauhof wie unten irgendwo hin ist grundsätzlich nicht verkehrt wundert mich aber dass er diese position hier nicht nimmt patschi könnte sie sich gleich noch holen dass er wirklich die mitte so ein bisschen ein kreis weil sie ist leichter zu verteidigen hier auf der enge schön 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 also das ist passiv feuer in der erkundung weiter fährt aber schon weg patschi hinterher vorsichtig auch hinterher fahren ist eine art von aggression in ordnung konstruktion aufpassen er fährt außer feuerreich weit so patschi baut sich hier ist wirklich eine zweite base auf zwei raffinerien gesetzt kann man locker an diesem feld machen rechts vielleicht ein bisschen besser gewesen so kann sie auch noch hier dran gehen auf dauer und zieht auch schon wieder weiter so was macht leider bau steht hier schon wieder rum typische writer tours aktion jetzt fährt er es weiter hat ja auch nur zwei raffinerien gesetzt das heißt die komplette einheiten produktion findet immer noch hier hinten statt tech zentrum ist draußen bei patschi noch nicht bei patschi ist noch nicht draußen das wird auf die voll sich noch warten müssen weil er wird sich vor ihm kriegen aber sagt die die panzer produktion warum findet die hier nicht hier vorne statt hier gehört dann mindestens eine waffenfabrik und eine kaserne vielleicht sogar hin hier hinten kannst du gerne helis weiter bauen wenn du möchtest weil geld genug hat er ja mittlerweile von hier hinten viel zu lange wege die panzer müssen sich immer hoch bewegen und deswegen kein gutes zeichen so baut sich hier auch fährt weiter der blitz in die grad gesehen habe das war der neun minuten blitz bedeutet das zeichen für die spieler eine minute dann würden sie weitermachen nächster mbf beim patschi hier hat er seinen bauf ein bisschen hochgezogen wenn jetzt hier vielleicht eine raffinerie platzieren hat man kraftwerk nach oben hingesetzt also hier kommt wirklich eine zweite vollbase konzentriert sich so auf den nördlichen teil der map weiter ist auf dem weg in die untere rechte seite ja aber nicht so weit was willst du nach unten hier schon gut muss man wieder umdrehen aber produziert weiterhin nicht in der mitte seiner einheiten das ist nicht gut und wir zwei mbs sogar von patschi schön aber muss auch mal bewegen da stehen sie rum da machen sie nichts jetzt ist das textzentrum drauf und zum ablauf der zehn minuten cooldown zweiter blitz war da dritter blitz war da das heißt zehn minuten sind da hat sie wird erst bei 15 minuten seine vollsicht kriegen leider hat sie bereits und apache keine schatten generatoren gebaut hat hat weiter auch volle sicht sieht hier eigentlich dass die base komplett unbewacht ist also er müsste eigentlich straight jetzt hier links reinziehen was er jetzt da oben will weiß ich nicht hier musst du hin leider hat sie fängt jetzt hier an zu produzieren also jetzt hast du die chance da rein zu fahren wir sind auf riders sicht gerade dann sehen wir auch seine aktionen patschi fährt ihm hier hinterher um dicht machen jetzt zieht er nach links hätte er sofort machen können patschi ist in bewegung fährt ihm natürlich hinterher klar sicher diese base hier die wird jetzt fallen wenn er nichts tut die mickrigen vier panzer die können nichts ausrichten dort muss sich jeweils konsensoren die aufnahme beschleunigt wir gehen stück wieder zurück das macht sie gerne nach zehn minuten mal ich muss ein paar sekunden zurückgehen dann läuft sie wieder auf normaler geschwindigkeit so geht jetzt noch das kraftwerk völlig unnötig völlig unwichtiges gebäude kann und wir mit klaren mitnehmen jetzt hier recht zentrum barfabrik auch die bunker nicht wichtig die machen nicht viel schaden an deinen panzern nimm dir erstmal die wichtigen gebäude raus ruhig ziehen jetzt die waffenfabrik hinterher fahren die beiden raffinerien rausnehmen weiterfahren nicht hier ins panzerfeuer rein verliert er nur panzer verstärkung kommt auch von unten nach hat sie hat ganz ganz viel infanterie gebaut jetzt sieht er weiter sehr gut sollte sich aber auch dann gleich schnell zurückziehen und nicht alle panzer hier opfern weil die panzer die übrig bleiben bei patschi ziehen gar nicht nach doch jetzt die zerlegen seine panzer jetzt hier lang nach und nach da er sich ja nicht auf den panzer kampf eingelassen hat muss er gucken dass er sich nicht seine komplette komplette einheiten stärke jetzt hier opfert zieht hier in der mittel schon wieder zusammen könnte natürlich jetzt versuchen hier durchzuziehen direkt da ja gerade die panzer hinten beschäftigt sind da nimmt er sich auch noch vor hat sie gleich sogar ohne radarsicht hier oben hat er kein zweites text schon mal nachgebaut aber das war da wird sich weiter auch noch holen und patschi hier erstmal wirklich auch radar blind zu machen leider hier steht noch warum man weg fährt weiß ich nicht er tust so wird auch hier jetzt in der mitte einmal durch wo will er hin da muss aufpassen könnte sich die sammler natürlich vornehmen hat ja hier oben schon der eco und schlag versetzt muss jetzt aber auch links unten aufpassen weil patschi ist sauer hat hier fast seine komplette base verloren bis auf ein paar trümmer reste und macht sich hier auf den weg in richtung riders main base so muss ich gerade noch hier konzentrieren naja rider fielts so weit hier vorne hätte dann nach hinten durchfahren müssen wenn überhaupt aber muss ich jetzt eigentlich erstmal hier konzentrieren weil hier hinten ist seine einzige base die hand hat er keine ich weiß gar nicht wo sein mbf die ganze zeit rum fährt können wir gerade nicht nachsuchen weil jetzt wird es kritisch hier und ich würde behaupten das kann er nicht abfangen die panzer sind ein bisschen angeschossen aber wenn patschi jetzt gas gibt ja genau nimm mal den ersten vorschuss ruhig raus weil das ist die einzige verteidigung aktuell hier alles defensiv feuer gerade nicht gezielt richtig sieht es aus doch jetzt wieder die ziel eigenständig jetzt ist er wieder aktiv dabei so sehr schön ein zwei panzer kommen jetzt wieder ein paar nach aber nicht schlimm genau jetzt auf die eco ruhig gehen oder vielleicht mal wichtige gebäude natürlich auch hier die drei ganz wichtig die beiden waffenfabriken der bauhof ist hier keine verstärkung die ganze nachkommen kann so hältst du vielleicht auch länger durch so macht patschi auch weiter versucht seinen bau hier noch in sicherheit zu bringen übrigens rechts hat patschi sich auch schon platziert erste waffenfabrik raus zweite nimmt er sich auch vor hier oben die panzer von weiter ziehen gar nicht mehr nach das sieht hier nach einem vernichtenden schlag aus wo ist der bauhof ach hier unten stehen so eins zwei bauhöfe da unten nicht ausgeklappt rider kann gar nicht bauen momentan so budget alles abgewehrt und kann jetzt hier ganz in ruhe wüten sollte vielleicht hier die zwei bauhöfe abfangen ach da sieht er schon wieder auf nee rider verkauft sogar gibt sich geschlagen sieht keine chance mehr sich hier auszubauen geld genug hätte er gehabt aber klar den nachteil den bau rückstand kann natürlich nicht wieder aufholen hat natürlich gerade nicht mit vollsicht er hätte vielleicht fünf minuten zeit sich aufzubauen irgendwo versteckt wo patschi nicht erkundet hat doch patschi hat wieder voll sich gekriegt kann damit kann hat hier muss er nur noch aufräumen und dann haben wir gleich das gg hier unten steht noch ein infanterist hier auf ruhig sonst zugleich er fährt jetzt die richtung gebäude wir die letzten zwei raffinerien rausnehmen baut hier sogar noch eine raffinerien gerade auch gar nicht mehr sie hat er hat ja volle sicht er sieht ja dass ich weiter nichts mehr hat und dann ist hier gleich auch schon vorbei so wir spüren ein bisschen vor weil das wird nichts mehr warum gar nicht mehr auf überraschung warten patschi ist hier nur dabei die letzten einen aufzuräumen seine infanterie truppe kommt auch noch mal zum einsatz hier für die raffinerie die unten noch gesetzt worden ist feuer wo wir die gleich alle feuer das hört sich auch mal geiler hat sie noch links beschäftigt ja komm das wollen wir sehen wollen wir hören sieht immer sehr geil aus so auch rausgenommen wo läuft immer weiter noch was rum hier ist ein achten schützen hat er hier noch eine ecke stehen irgendwo hier oben ist nicht mehr ist auch nicht mehr nee es geht nur noch um diesen schützen hier den patschi jetzt kann noch finden muss den sieht er gerade noch nicht deswegen ist das match noch nicht vorbei so jetzt haben wir uns an ein klassisches eins gegen eins kein weiter noch für sich entscheiden kann er nicht mit abgeschlossen die die an den raider schön gemacht in den patschi meine ich weiter natürlich auch gutes spiel aber der konter da oben das ist das problem wenn man die panzer oben in seinem ersten angriff nicht mit angreifen und sich nur auf die main gebäude konzentriert das kann man machen aber nicht mit seiner gesamten panzer macht und diesen konter hat leider direkt abgehalten ich bedanke mich fürs zusehen wünsche euch noch einen schönen tag abend gute nacht und morgen ganz egal wann ihr dieses spiel seht freue mich bitte gerne mal ein daumen und kommentar da lassen wird uns wahnsinnig freuen und ja ich hoffe ich kann euch beim nächsten mal wieder begrüßen bis dahin macht's gut